Warren Buffett wird von vielen als der größte Investor aller Zeiten angesehen. Hätte man im Jahr 1965 nur 10.000 Dollar in die Firma investiert, wären diese Firmenanteile heute über 200 Millionen Dollar wert. Ein Zuwachs um über 20.000% auf sein eingebrachtes Kapital. Die Investmentstrategie dreht sich dabei vor allem um sogenannte etablierte und fair bewertete Unternehmen mit großen Bograben. So finden sich im Buffetts Portfolio eigene Firmen wie der Versicherer Geico, Warenlieferant McLean, aber auch Beteiligungen an US-Giganten wie bei Coca-Cola, der Bank of America, American Express und natürlich Apple. Von vielen, besonders jungen Leuten wird diese Anlagestrategie allerdings als überholt und nicht mehr zeitgemäß angesehen. Besonders eine Person und ihre Investmentgesellschaft rückt dabei immer mehr in den Vordergrund, Cathie Wood mit der Firma ARK Invest. Cathie Wood, im Jahr 1955 in den USA geboren, begeisterte sich schon früh für die Wirtschaft und das Geschehen am Markt. 1981 schloss sie mit dem Bachelor of Science im Bereich Finanzwesen und Wirtschaft an der University of California ab. Sie startete als Assistente beim Vermögensverwalter Capital Group, wechselte aber schnell zum Versicherungsriesen PGMI, wo sie bei der Vermögensverwaltungssparte Janison Associates arbeitete. Schnell wurde sie zur Direktorin und Vorsitzenden für Wirtschaft, Analyse und Portfolio Management und machte sich im Unternehmen einen Namen. Nach 18 Jahren bei PGMI trat sie im Jahr 1998 dem Hedgefonds Tupelo Capital bei und stieg erneut schnell zur Managerin und Partnerin auf. Bereits im Jahr 2002 wechselte sie erneut und bekam einen Vertrag als CIO, also Managerin für Investitionen beim namhaften Investitionshaus Allianz Bernstein, die auch heute noch eine sehr geschätzte Meinung am Markt haben. In der Anfangszeit bei Bernstein merkte sie, wie festgefahren die Branche der Finanz- und Investmenthäuser doch ist. Besonders in der Dotcom-Blase traten viele neue Unternehmen mit brillanten Ideen auf den Plan, denen die Langzeitfinanzierung über das Platzen der Blase hinaus jedoch versagt wurde, da aber auch noch oft die technische Grundlage zum Erreichen des Unternehmens Ziels fehlte. Das Internet wurde gerade erst massentauglich, die Prozessoren waren alles andere als ausgereift und günstig und auch von Cloud- und Quantencomputern konnte man noch nicht einmal träumen. Auch während und nach der Zeit der Finanzkrise um 2008 kamen weiterhin großartige Ideen auf, die zu dieser Zeit aber weder technisch noch finanziell durchsetzbar waren. Doch mit dem Voranschreiten von Internet, Smartphones, Prozessoren, Software und Industrie zeigte sich Hoffnung für diese neuen Ideen, nämlich die Verlässlichkeit von den Grundsätzen von Mohs und Wrights' Law. Mohs' Law, also das Mohrische Gesetz, wurde im Jahr 1965 vom Ingenieur und Mitbegründer von Intel, Gordon Moore, formuliert und besagt, dass es in zeitlichen Abständen von ca. zwei Jahren zu einer Verdoppelung der Transistoren pro Flächeneinheit kommt. Das klingt zwar sehr, sehr technisch, sagt aber im Prinzip nur aus, dass durch Forschung und technischen Fortschritt unsere Rechner immer leistungsfähiger werden. Wrights' Law, also das Wrightische Gesetz, oder auch der Lernkurveneffekt, wurde vom Ingenieur Theodore Paul Wright bereits im Jahr 1936 formuliert. In der Zeit der sehr späten Industriellen Revolution bemerkte er, dass mit der Verbesserung der Fertigungsmaschinen die Produktivität enorm anstieg und weniger Menschen für die Herstellung gebraucht wurden. So konnte ab einem gewissen Punkt die Produktion von Flugzeugen verdoppelt werden, benötigt wurden aber dafür nur 20% weniger Arbeitskräfte als zuvor. In der heutigen Zeit dürften wir uns das so vorstellen, dass beispielsweise in der Autofertigung ein Roboter eingesetzt wird, der doppelt so gut und schnell arbeitet wie ein Fertigungsarbeiter und diese Arbeiter dann eben entlassen wird. Mit diesen technischen Grundlagen, den immer neueren Ideen am Markt und auch dem vorhandenen Kapital fragte sich Cathie Wood dann, warum die großen und alteingesessenen Geldhäuser nicht massiv in zukunftstaugliche und enorm skalierbare Unternehmen investieren oder Investmentprodukte für diese Sparte entwickeln und zugänglich machen. So gründete sie 2014 die Investmentgesellschaft ARK Invest. ARK steht für Active Research Knowledge oder zu Deutsch aktives Forschungswissen. Zusammen mit ihren Mitarbeitern steht sie auch genau dafür. Tiefe Recherchen von Unternehmen, Branchen und mögliche zukunftsformende Firmen mit der Basis von Mohs und Wrights Law. Auf der Homepage der Website heißt es deshalb auch direkt, wir investieren ausschließlich in disruptive Innovationen. Mit disruptiver Innovationen sind Dinge gemeint, die die Spielregeln eines Marktes und das Nutzungsverhalten von Kunden komplett auf den Kopf stellen. Ein wunderbares Beispiel aus der Vergangenheit ist zum Beispiel die Erfindung vom iPod und weiteren MP3-Playern, die die Musikindustrie komplett umgekrempelt, also disruptiert haben. Der Verkauf von CD-Trägern sank drastisch und der Verkauf von MP3-Songs und Geräten schoss in die Höhe. Dies wurde zusätzlich durch die stetige Kostensenkung für MP3-Downloads, der Übertragung und dem Kauf ermöglicht, sowie durch die technische Weiterentwicklung der MP3-Player und der Integration von weiteren Funktionen wie Radio, Wecker und so weiter. ARK Invest sieht auch in der Zukunft mehrere solcher Momente kommen und investiert deshalb in disruptive Innovationen. Da viel Potenzial für Wirtschaft, Gesellschaft und den eigenen Geldbeutel in diesen Innovationen schlummert. ARK Invest hat ein breites Portfolio für bestimmte Themen gebaut, die laut Cathie Woods' Aussage ready for primetime sind. So gibt es einen Hauptfonds namens ARK Innovation, in dem viele Themenbereiche und die vielversprechendsten Unternehmen laut ARK abgedeckt sind. In dem Fonds finden sich unter den Top 10 Holdings Firmen wie Tesla aus dem Bereich Automobilindustrie, IT und Energie, Roku für Streaming, Teladoc, das Amazon für Gesundheitsdienstleistungen, Square, ein Fintech, ähnlich wie Paypal, das auch Kreditkarten, Aktien sowie Kryptodepots managt und alles in einer App unterbringt, und Zillow, ein Amazon für Immobilien. Also alles Firmen, die etwas anders und oder besser machen als andere Firmen und das Nutzerverhalten prägen und ändern. Weitere Produkte bzw. Fonds sind dann in einzelne Branchen aufgespalten, so z.B. in die Richtung Internet, Genomik und Gesundheitswesen, Finanztechnologie, aber auch 3D-Druck, Weltraumforschung und so weiter. Während ARK Invest in den ersten Jahren der Existenz unter dem Radar geflogen ist, wurde die Öffentlichkeit und Medien besonders in den Jahren 2018 und 2019 auf ARK und Cathie Wood aufmerksam. Das kam vor allem durch den Trubel rund um Tesla. Der Großteil der Analysten und Medienhäuser war dem Autohersteller gegenüber nicht sehr positiv gestimmt und die Short-Seller, also Investoren, die auf einen fallenden Tesla-Kurs setzten, wurden immer mehr. Auf dem Höhepunkt dieser Bewegung wurden ca. 40% aller verfügbaren Tesla-Aktien dazu benutzt, auf fallende Kurse zu wetten. Für damalige Verhältnisse ein historischer Wert an Short-Interesse. Von einem Extrem zum anderen wurde in diese Situation Cathie Wood eingeladen, die Tesla verteidigt und bis zum Jahr 2025 einen Kurs von 4.000 Dollar pro Aktie prognostizierte. Der Kurs stand damals bei gerade einmal 240 Dollar und so wurde Cathie Wood nicht gerade ernst genommen. Doch sie blieb bei ihrem Kursziel für die Aktie und pochte darauf, dass Analysten das Unternehmen einfach nicht verstehen. Bei ARK Invest haben mehrere Analysten mit Hintergrundbereichen von Automobilindustrie, Software und künstlicher Intelligenz, autonomen Fahren, Energieversorgung und Speicherung sowie Robotik Tesla analysiert und sind mit dem Fortschritt von Tesla und dem Potenzial in diesen Branchen auf das gemeinsame Kursziel von 4.000 Dollar gekommen. Auf die Anmerkung eines Interviewers, dass die Aktie seit 5 Jahren nichts mache, bemerkte Cathie Wood, dass das zwar richtig ist, aber wenn die Aktie über einen langen Zeitraum nichts macht und eine Basis ausbildet, gibt es nur zwei mögliche Reaktionen in der nahen Zukunft. Entweder ein enormer Abfall oder ein enormer Ausbruch und sie mit ARK Invest mit einem enormen Ausbruch rechnet. Wie man am Chart der Tesla-Aktie sehen kann, hatte sie vollkommen recht. Und das nicht nur einmal. Viele der Unternehmen, in die ARK investiert ist, machen auf einmal Gewinne, steigern den Umsatz drastisch oder sogar exponentiell und werden wichtiger bzw. lösen wichtige Probleme. So erzielt der Flaggschiff-Fonds ARK Innovation im Jahr 2020 einen Zuwachs bzw. eine unglaubliche Rendite von 152,7%. Der Durchschnitt für alle Fonds betrug im Jahr 2020 dagegen nur 12,3%. ARK hatte den Markt also um Längen geschlagen und Cathie Wood wurde als beste Fondsmanagerin des Jahres 2020 ausgezeichnet. Mit der korrekten Tesla-Prognose und der enormen Performance ist sie nun vom Außenseiter zu einem oft gesehenen Gast bei CNBC, Bloomberg, Yahoo Finance und Co. geworden. Zwar wird sie in fast jedem Interview auf Tesla angesprochen, doch ist auch großes Interesse an weiteren Positionen und weiteren Ideen vorhanden. Wie bereits erwähnt, war das Jahr 2020 laut Cathie Woods Aussage ein Breakout-Year für disruptive Innovationen. In vielen Branchen wurden neue Dinge versucht, neue Probleme mussten gelöst werden und hochqualitative Unternehmen konnten sich beweisen und sind auf dem Weg zu großen Umsatzsprüngen und exponentiellen Wachstum. Außerdem verflechten sich nach und nach Technologien und größere und bessere Ideen werden möglich. So trugen verschiedene disruptive Innovationen auch zum Impfstoffwettrennen bei. Mit neuer genomischer Analyse konnte man die DNA-Struktur des Virus in wenigen Stunden auslesen, was vor zehn Jahren noch mehrere Monate gedauert hätte. So konnte man mit enormem Tempo Schnelltests und Tests herstellen und auch schnell und effizient die Funktion und Schwächen des Coronavirus erkennen und verstehen, die wiederum Grundlage für die jetzigen Impfstoffe sind. Die Impfstoffentwicklung mit der weiterentwickelten Technik auf der mRNA-Basis zusammen mit der Unterstützung künstlicher Intelligenz kann viel schneller erdacht und hergestellt werden. Auch die Unterbrechung von Lieferketten für Laborzubehör konnte mit 3D-Druck komplett ausgeglichen werden. Mit diesen Voraussetzungen und mehreren disruptiven Plattformen konnte so beispielsweise das US-Biotech-Unternehmen Novavax nur drei Stunden nach der Veröffentlichung und Bestätigung der Virusstruktur bereits einen möglichen Wirkstoff vorstellen und ausarbeiten. Auch mit den Schwierigkeiten von Lockdown, unbaren Zahlungsverkehr und digitalen Zahlungen konnten PayPal und vor allem Square ihre benutzerfreundlichen Plattformen ausbauen und konnten sich vor dem Kundenansturm kaum retten. Besonders Square konnte mit der mobilen All-in-One-Plattform Cash App enorm aufblühen. Mit der App hat man die Möglichkeit, ein voll funktionsfähiges Konto mit Kreditkarte auf dem Handy dabei zu haben. Mit der App ist es möglich, sein Konto zu verwalten, Kredite in Anspruch zu nehmen, online oder im Geschäft zu bezahlen, aber auch von Person zu Person Geld zu verschicken. Die Beliebtheit der App ist so groß, dass sich in den US-Wortschatz junger Leute To Cash App oder Cash App Me als Synonym für Geld schicken oder etwas überweisen eingebrannt hat. Doch nicht nur für Zahlungen ist die App gut, sondern auch für Investitionen in Aktien, Fonds und sogar Bitcoin. Ein weiterer Jackpot, denn nach dem Corona-Crash flossen Unmengen Geld in die Märkte und ein regelrechter Volkssport in der Aktienspekulation bildete sich. Möglich gemacht durch eine einfache und benutzerfreundliche Plattform, die in ihrer Komplettheit eine klassische Bank ersetzt. Beide Szenarien sah Cathie Wood schon im Jahr 2015 irgendwann in der Zukunft kommen. In erster Linie ist Cathie Wood natürlich immer noch eine Fondsmanagerin und hat deswegen das natürliche Interesse, dass mehr und mehr Anleger in ihre Fonds investieren. Sie spricht also sehr, sehr gerne sehr positiv von der Entwicklung der Branchen, vorzugsweise der IT und sagt, dass alles perfekt nach Plan funktioniert. Auch spricht sie in besonders den höchsten Tönen von Unternehmen, die im Portfolio von ARK vertreten sind, die allerdings auch durch tiefe Recherche und Auswahl dort gelandet sind. Mit ARK hat man eine starke Wette auf teils riskante Wachstumswerte, die oft nicht profitabel sind oder in der Kritik stehen. Die Anlage ist hier also kaum zu vergleichen mit dem MSCI World und ist auch stark volatil, unterliegt also großen Kursschwankungen. Oft wird Cathie Wood bzw. ARK Invest für die teils hohe Gewichtung in den Portfolios kritisiert. Im ARK Innovation sind zum Beispiel derzeit 10% Tesla im Portfolio vorhanden. Wenn man sich allerdings andere Fonds anguckt, so zum Beispiel den iShares Global Clean Energy, sieht man dort auch Plug Power mit rund 10% vertreten. Und in Warren Buffetts Berkshire Hathaway Apple mit 50% vertreten. Also ist das hier eher eine Sache der Betrachtung. Cathie Wood und ARK Invest bleiben konstant bei ihrer Story und beweisen enormes Vertrauen in sich selbst, in die Recherche, in den technischen Fortschritt und in die Innovation. Und auch Kritik und Kursschwankungen ändern das nicht oder können sie von ihrem Kurs abbringen. Außerdem zeigen sie gute Recherche und Trading-Fähigkeiten, denn sie sind immer auf dem aktuellsten Stand und reagieren proaktiv für zukünftige Geschehnisse am Markt. Außerdem disruptiert ARK an sich den Anlagebereich. Sie sind immer freundlich, sachlich, nicht nachtragend und fair und weinen nicht öffentlich und prophezeien das Ende wie Bill Eggman im März 2020 für den eigenen Profit. Außerdem muss man zugeben, dass ARK Invest eine unglaublich offene und transparente Investmentgesellschaft ist, die Unmengen an Recherche und Aktivitäten der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Auf ihrer Webseite kann man sich so zum Beispiel durch Recherche, Podcasts, Artikel und eigens erstellte, sehr hochwertige Präsentationen klicken und informieren. Auf dem YouTube-Kanal kann man alle drei bis vier Wochen eine Markteinschätzung von Cathie Wood persönlich sehen und die Podcastfolgen des Teams werden hier ebenfalls hochgeladen, wo zum Beispiel News, Branchen und Zukunftsthemen aufgegriffen werden, analysiert und weitergedacht werden. Auch kann man sich für einen Newsletter eintragen, wo weitere kleine Artikel geteilt werden, Kommentare zu aktuell sehr volatilen Aktien mit Grund und Ausblick zur Verfügung gestellt werden und auch die Trading-Aktivität der ARK-eigenen Fonds offengelegt wird. Ich selbst bin sehr positiv angetan von Cathie Wood als Person, da sie nicht nur einen interessanten Hintergrund und eine gute Kursperformance vorlegt, sondern auch immer sehr freundlich und respektvoll und auch überhaupt nicht nachtragend gegenüber Interviewern ist. Sie hat etwas gewagt, ist sich treu geblieben und hat mit viel Rechercheaufwand, Denkprozessen und Prognosen ein Bild für die Zukunft gezeichnet, das immer mehr an Form gewinnt. Auch muss man das Team von ARK-Invest loben und hervorheben, die neben den Gedanken, wie eine Welt in fünf oder zehn Jahren aussehen kann, im Hier und Jetzt wertvollen und hochwertigen Content schaffen und kostenlos zur Verfügung stellen. Vom Investitionsstandpunkt bin ich ebenfalls positiv beeindruckt und habe viele der Werte aus den ARK-Fonds selbst im Portfolio. Die Hintergründe zu Moos und Wrights Law sind schlüssig und intakt und Quartal um Quartal rücken diverse ausgewählte Unternehmen in eine glorreiche Zukunft vor. Außerdem können viele der fokussierten Technologien miteinander verknüpft werden und so noch bessere Ergebnisse liefern, wie am Beispiel der Impfstoffentwicklung gezeigt. Dennoch muss man anmerken, dass die Fonds sehr speziell sind und besonders in schwierigen Marktphasen besonders unter die Räder kommen bzw. starken Kursschwankungen unterliegen. Mit ARK-Invest setzt man auf eine disruptive, grüne, gesunde und hochtechnologische Zukunft, die nicht nur spannend ist, sondern in der man gerne leben möchte. Das ist nur ein grosserерger Charter. Das hier ist der Fall. Oder und nicht nur ein Schwellern,